Sarah Engels macht mit ihren liebsten Urlaub im Disneyland Paris. Mit ihren Funs teilt sie die schönsten Momente, hält aber auch einen ekelhaften Zwischenfall fest Es gibt kaum ein märchenhafteres Reiseziel für die Vorweihnachtszeit als das Disneyland Der ganze Park gleicht einem Winterwunderland, und an jeder Ecke ist der Christmaszauber spürbar Ein solches Spektakel kann sich Popstar Sarah Engels natürlich nicht entgehen lassen Mit Ehemann Julian und Sohn Alessio verbringt die Tiamo Mittwoch Amor-Sängerin deshalb gerade ein paar romantische Tage im Disney-Paradies in Paris, und erlebt dabei so einige Abenteuer Sarah Engels teilt Urlaubsfotos aus dem Disneyland.Ihre knapp 1,7 Millionen Follower beschert Sarah Engels auf Instagram regelmäßig mit persönlichen Schnappschüssen Egal ob niedliche Familienfotos oder Selfies auf dem Karussell, auch der Disneyland-Ausflug wird ordentlich dokumentiert Wie Fans auf den winterlichen Aufnahmen gleich sehen können Die Themaskitzinger-Gewinnerin lässt es sich mit ihren Liebsten so richtig gut gehen Vor allem Ehemann Julian scheint voll und ganz in seinem Element zu sein, und posiert grinsend mit Lilo und Stichplüschmütze Alessio sucht derweil schon nach Geschenken für sein Schwesterchen. Wie niedlich Sarah Engels macht Urlaub im Disneyland, und zeigt sich angewidert.Wer kennt das Fragezeichen Anführungszeichen? Bei allem Weihnachtszauber teilt Sarah Engels aber auch einen weniger angenehmen Zwischenfall Denn Julian filmt sie dabei, wie sie mit glitzernden Mickey-Maus-Ohren auf dem Kopf einen Burger verspeist Was sagst du, erkundigt er sich nach dem kulinarischen Urteil seiner Herzensdame, die ohne zu zögern eine klare Antwort parat hat. So ekelhaft Warum isst du ihn dann, will Kameramann Julian wissen, wir gehen gleich noch essen Feinschmeckerin Sarah scheint die Frage aber gekonnt zu überhören, und macht sich weiter über das Ekelbrötchen her Na, da scheint der Hunger wohl gesiegt zu haben. Kann mich selber nicht ernst nehmen, schreibt Sarah in einer Instagram-Story lachend unter das Video, wer kennt das? Das kennen wir alle, Sarah Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal.